Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Neuen Kruger Straße, Ecke Landwehrstraße in Wiefelstede, sind am Dienstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Ein VW Golf Kombi und ein Toyota Pickup mit Anhänger waren zwischen den Ortsteilen Grießstede und Neuen Kruge kurz nach elf zusammengestoßen. Dabei hatte sich laut Polizeiangaben der Pickup überschlagen. Er blieb quer auf der Straße liegen. Der 72-jährige Oldenburger Fahrer des Pickup, der im Auftrag einer Baumschule unterwegs war, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Der 74-jährige VW-Fahrer aus Bad Zwischenahn verletzte sich nur leicht und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Am VW entstand Totalschaden. Auch der Toyota wurde schwer beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer des VW Golf aus der Landwehrstraße nach links auf die Neuen Kruger Straße Richtung Grießstede abbiegen. Zuerst habe er nach rechts geschaut, die Seite war frei und dann nach links. Beim Drehen des Kopfes sei er vermutlich bereits etwas vorgefahren. So die Polizei. Denn unmittelbar darauf kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision kam der Toyota Pickup mit Anhänger nach links von der Straße in einen Graben ab, überschlug sich einmal und blieb dann in rund 50 Meter Entfernung vom VW quer auf der Neuen Kruger Straße auf der Seite liegen. Der Anhänger riss dabei vom Fahrzeug ab. Zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug waren vor Ort. Dazu rückte die Straßenmeisterei an sowie eine Spezialfirma, die das aus dem VW Golf ausgelaufene Öl beseitigte.